Es ist doch wirklich zum Haare raufen, wenn man noch welche hätte. Der Rundfunkbeitrag, der liegt aktuell bei 18,36 Euro und er könnte eventuell bald auf 25 Euro einsteigen. Das wären 35 Prozent plus. Jedenfalls dann, wenn man einem Leak von internen ARD-Dokumenten Glauben schenken darf. Das ist eine ganze Menge an Steigerung und besonders ärgerlich, wenn ihr beispielsweise sowieso nur noch die Tagesschau schaut und ansonsten Netflix durchsuchtet. Wir schauen uns mal an, was hier für Dokumente geleakt worden sind und was das monatlich für euch bezüglich des Rundfunkbeitrags bedeuten könnte. Hallo, ich bin Christian Sormecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr zum Thema Rundfunkbeitrag immer up-to-date bleiben wollt. Fast schon zehn Jahre haben wir dieses leidige Thema hier so ein bisschen auf der Agenda. Damals, vor über zehn Jahren, hieß der noch GEZ-Gebühren. Das war die Gebühreneinzugszentrale, jetzt ARD-ZDF-Deutschland-Radio-Beitragsservice. Aber so richtig geändert hat sich nichts. Gefühlt zieht diese Zentrale jedenfalls den Rundfunkbeitrag ein. Und das ist inzwischen nicht mehr die Rundfunkgebühr, wie es auch mal zwischenzeitlich hieß, sondern ein Rundfunkbeitrag. Und der ist vielen einfach einem Dorn im Auge, weil sie sagen, was soll das? Jetzt wird der auch noch teurer, also ein dicker Dorn, aua. Der soll doch bitte ganz weg. Das fordern jedenfalls viele, kann ich euch nur aus der Erfahrung bestätigen, auch aus den Zuschriften, die ich hier von euch immer mal wieder bekomme. Ja, viele schmunzeln darüber, dass es so eine verharmlosende Namensänderung gab in Beitrag. Gebühr ist in meinen Augen viel treffender. Es wird unter Juristen sogar überlegt, ob das nicht sogar eine versteckte Steuer ist. Aber sagen wir mal, in die Tiefen will ich jetzt gar nicht großartig einsteigen. Fakt ist jedenfalls, dass in einigen anderen Ländern darüber abgestimmt worden ist, ob es überhaupt so einen Rundfunkbeitrag geben soll. In der Schweiz gibt es die Rundfunkabgabe. Das Volk hat im Jahr 2015 abgestimmt und mit einer überwältigenden Mehrheit von 50,1% gesagt, ja, die Rundfunkabgabe, die soll bleiben. Und in Frankreich ist im letzten Jahr der Rundfunkbeitrag ganz abgeschafft worden und in Norwegen schon im Jahr 2020. Also das heißt, hier könnte es auch irgendwann so weit sein, dass er abgeschafft wird. Bis dahin soll er aber nochmal kräftig angehoben werden. Und das will ich euch gleich berichten. Es ist übrigens so, dass da nicht das öffentlich-rechtliche Fernsehen ganz weg wäre, sondern dass es dann nur aus anderen Mitteln finanziert werden würde. Apropos andere Mittel, weil ihr noch Mittel braucht, zum Beispiel 1.000 Euro, dann checkt mal aus, ob ihr von dieser Datenleck betroffen seid. Ja, tatsächlich, das dieser Datenleck ist ein riesiges Datenleck, von dem Millionen Deutsche betroffen sind. Und das Einzige, was ihr tun müsst, ist auf den QR-Code gehen. Und hier kommt ihr dann auf diese Webseite, da gebt ihr eure E-Mail-Adresse ein. Ihr könnt auch in die Caption gehen, da habe ich den Link nochmal kopiert. Und dann wisst ihr, ob ihr betroffen seid von dem Datenleck. Das dauert wirklich zwei, drei Sekunden. Und dann sage ich euch, ob ihr einen Anspruch auf 1.000 Euro habt oder nicht. Was ihr euch vielleicht fragt ist, warum gibt es den Rundfunkbeitrag überhaupt? Nun, es gibt ihn wegen einer recht wichtigen Norm, Artikel 5 Grundgesetz. Da ist die Meinungsfreiheit geregelt. Und unter Absatz 1, Satz 2 heißt es, die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Das bedeutet, der Staat muss dafür Sorge tragen, dass wir ein funktionierendes Presse-, Rundfunk- und Filmsystem hier haben. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum man auch sagt, es braucht ein unabhängiges Medium in Deutschland. Jetzt kann man sich nicht die Frage stellen, wird auch immer wieder diskutiert, ob das Internet nicht unabhängig genug ist, ob man da dann auch tatsächlich noch die Öffentlich-Rechtlichen benötigt. Auch da will ich hier nicht in die Tiefe gehen, das wird den Beitrag sprengen. Aktuell stehen wir bei 18,36 Euro, die ihr blechen müsst. Und der Betrag ist eigentlich im Grundgesetz gar nicht näher geregelt. Also hier habt ihr ja gesehen, da steht ja nur ein Satz drin. Um rauszukriegen, wie hoch der Betrag wirklich ist, müsst ihr in den Medienstaatsvertrag, der hieß früher Rundfunkstaatsvertrag, in § 35 Medienstaatsvertrag, also so sieht jetzt hier der Medienstaatsvertrag aus, da kann man in § 35 reingehen, über § 35, das sage ich euch jetzt einfach mal, kommt man in den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, aber auch da steht noch kein Preis drin. Und über den kommt man dann wieder in den Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag und da muss man dann den § 8 suchen. Und in § 8 steht drin, die Höhe des Rundfunkbeitrags wird auf monatlich 18,36 Euro festgesetzt. Also ein richtiges Rumgehoppel durch die Gesetze, wenn man feststellen will, wie hoch der aktuelle Rundfunkbeitrag ist. Und genau um diesen Paragrafen geht es. Der könnte möglicherweise so geändert werden, dass da eventuell 25 Euro bald steht. Das Ganze, um rauszufinden, wie hoch der Rundfunkbeitrag korrekt ist, ist so ein bisschen wie so Fossilien freilegen, Schicht für Schicht für Schicht für Schicht und dann unten sieht man, oh, 18,36, ganze Stange Geld. Ja, offenbar möchte die ARD jetzt mehr Geld. Zum Glück kann die ARD das nicht selber sagen, sondern es gibt dafür die KEF. Die KEF ist die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten. Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten. Die checken, ob wirklich ARD, ZDF, Deutschlandradio wirklich so viel Knete bekommen. Und die ARD sagt jetzt erstmal, naja, es ist alles teurer geworden. Wir haben Inflation und Ukraine-Krieg, alles ist teurer geworden. Und wir müssen jetzt unseren höheren Finanzbedarf einfach umlegen auf die Bürger. Und das Dokument, was geleakt worden ist, sieht so aus. Ich mache es hier mal groß. Ergebnisse und aktualisierte Annahmen. Da seht ihr eben, was eine bedarfsgerechte Anmeldung, also die melden jetzt an, was sie eigentlich brauchen. Es gibt verschiedenste Varianten. Und in der teuersten Variante C sehen Sie eben die Risiken, die bestehen. Nämlich, dass sie viele Milliarden mehr Ausgaben haben. Das sieht jetzt nach 4.000 aus. Das sieht jetzt aus, als wenn es wenig wäre, aber es sind in Millionen Euro. Das sind also direkt immer Milliarden, um die es geht. Und hier ganz unten rechts seht ihr eben Beitrag in Euro 25, 19. Das ist sozusagen eines der Szenarien, welches seitens der ARD jetzt bei der KEF angemeldet wird. Also eine wahnsinnige Aufstockung, die da angemeldet wird. Im Vergleich zu den Vorjahren gab es sowieso schon letztes Jahr recht viel. 2021 wurden 8,4 Milliarden eingenommen. Das ist schon ein neuer Rekord. Aber das soll sich Prognosen zufolge auf 10 Milliarden erhöhen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wofür diese Erhöhung? Klar, Inflation habe ich schon gesagt, aber es wird auch gesagt, naja, wir müssen auch mit Streaming-Giganten wie Netflix mithalten können. Das heißt, hier soll auch Geld als Schlüssel für die Zukunft schon reingesteckt werden. Man möchte einen starken Ausbau der Mediatheken, damit auch das neueste Tilschweiger-Epos wahrscheinlich dann bei ARD und ZDF in der Mediathek zu finden sein kann. Nee, keine Ahnung, aber ob man da jetzt die Mediatheken überhaupt so dick machen darf, dass man mit wirtschaftlich agierenden Konzernen wie Netflix in Konkurrenz tritt, wage ich einfach mal zu bezweifeln. Das ist aber einer der Zwecke der Erhöhung dieser Rundfunkgebühren. Vielleicht kann man natürlich sagen, klar, 25 Euro ist eine ganze Stänge Geld, aber dafür muss mir jetzt auch echt was geboten werden. Dafür muss ich aber wirklich täglich diese Mediathek nutzen. Klingt natürlich hier nach Steuer, aber wie vorhin schon angedeutet, es geht hier um Solidarität. Klingt auch wieder komisch, aber man möchte eben die Solidarität mit dem Beitrag in den Mittelpunkt stellen und sagen, gemeinsam fördern wir einen öffentlichen guten Zweck, nämlich den freien Rundfunk. Jetzt kann man darüber streiten. Es ist klar, nur weil die ARD das jetzt möchte, heißt das noch nicht, dass das nächste Woche bei euch vom Konto abgebucht wird. Insofern kann ich ein ganz klein bisschen bezüglich dieses Leaks, das groß jetzt durch die Medien ging, Entwarnung geben. Das ist jetzt erstmal die interne Aufstellung der ARD und das ist das Geld, was die ARD haben will. Jetzt ist die Kommission dran, die den Finanzbedarf ermittelt. Und die sagen jetzt, was davon ist wirklich wichtig, um die ARD noch zu betreiben, ARD, ZDF, Deutschlandradio, und was davon ist Luxus, weil die sagen, wir wollen mit Netflix mithalten. Und den Luxus, den können die sich nicht gönnen. Die können nur so gerade machen, dass hier die Meinungsfreiheit und Presse, Rundfunk gewährt werden. Da reichen tatsächlich die Infos noch nicht aus, die ARD gebracht hat. Die müssen das schon sehr gut begründen, wenn sie am Ende wirklich diese 25 Euro durchsetzen wollen. Klar ist aber auch, wir halten euch darüber auf dem Laufenden. Und ihr könnt ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr meint, was angemessen wäre pro Monat. Also da kann ja einer sagen, ich gucke hier immer vom Bergdoktor die neuesten Folgen, die sind auch in der Mediathek, ich zahle auch 100 Euro. Aber vielleicht sagt der andere, was denn für die Tagesschau, zahle ich gerade mal 3 Euro. Könnte ja sein. Ich bin mal gespannt. Gebt es mal unten in die Comments. Da kommen jetzt wild wahrscheinlich Zahlen, was ihr meint, was für ein Rundfunkbeitrag denn monatlich angemessen wäre. Bin auf euren Input sehr, sehr gespannt an dieser Stelle. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Neueste Infos zum Rundfunkbeitrag. ARD möchte gerne mehr Geld anmelden. Ob sie es bekommen, steht noch in den Sternen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Danke für eure Aufmerksamkeit. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Bleibt mir gesund, liebe Leute. Tschüss und bis dahin. Tschüss und bis dahin.